Das Stadtgespräch wird Ihnen präsentiert von Favoritstrom der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt anschließen und Heimvorteil sichern. Und der Kreissparkasse Ludwigsburg. Gut für den Landkreis. Guten Abend, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Stadtgespräch aus dem Skala in Ludwigsburg. Heute unser Gast ist ein Ludwigsburger, von dem Sie sicher schon Filme im Kino und im Fernsehen gesehen haben. Er selbst arbeitet allerdings mehr hinter als vor der Kamera. Herzlich willkommen, Jochen Laube. Schönen guten Abend. Jochen, deine Berufsbezeichnung ist Filmproduzent. Was macht man als Produzent? Als Produzent ist man eigentlich für das große Ganze verantwortlich hinter der Kamera. Also man entwickelt eine Geschichte gemeinsam mit einem Drehbuchautor. Man liest Zeitungen, man lässt sich inspirieren und überlegt, woraus man ein Kino- oder einen Fernsehfilm machen könnte. Sucht dann einen Autoren. Dann gemeinsam sucht man einen Regisseur, der dann mit dem Autoren und mit mir zusammen den Stoff entwickelt. Dann geht es ans Casting. Da darf ich auch mitsprechen, welche Schauspieler denn da welche Rolle spielen sollen. Dann geht es natürlich um die Finanzierung. Das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil meines Berufes. Und gemeinsam mit Fernsehsendern, mit Filmförderungen, mit freien Finanzierungsmöglichkeiten einen Film zu finanzieren. Und wenn wir dann das Geld zusammen haben, kommt der Dreh, den ich auch mit betreue. Aber wo ich nicht von morgens bis abends am Set stehen muss, aber manchmal auch gerne einfach so dabei bin. Das ist aber innerhalb so einer Produktion mit Abstand der kleinste Teil. Also man braucht so vier Jahre von der Idee bis zur Premiere ungefähr. Manchmal dauert es länger. Und der Dreh sind dann meistens nur 30 Tage. Und dann geht es von dort aus wieder in den Schneiderraum, wo ich auch gerne dabei bin und meinen Input gebe. Also ich habe einen Einblick in jeden Bereich der Filmproduktion und das macht große Freude. Würdest du sagen, das ist mehr ein Geschäftsführerjob oder ist es mehr ein kreativer Job? Man kann das so und so auslegen. Es gibt Produzenten, die das eher nur kaufmännisch auslegen. Und es gibt eben Produzenten, die das mehr kreativ auslegen. Und ich bin eindeutig von der zweiten Sorte sozusagen. Also ich bringe mich sehr ein und habe dann aber auch dementsprechend weniger Talent auf der kaufmännischen Geschäftsführerseite. Und habe dann dafür eben Menschen, die das für mich machen. Und habe da für mich einen super Weg gefunden. Und diese Passion für den Film, hattest du die schon als Schüler? Dass du irgendwann gesagt hast, ja, ich mache das, Film, das ist das, was ich tun möchte. Oder gab es da andere Erlebnisse? Ich glaube, die Passion für den Film, die gab es schon als Schüler, aber ganz normal nur als Kinozuschauer. Hier in diesem Saal im Skala fantastische Filme gesehen. Und ich war aber nie derjenige, der so mit der Super-8-Kamera als Junge schon Filme gemacht hat und gesagt hat, das ist meine Passion und das will ich machen und nichts anderes. Und der Beruf des Filmproduzenten, darauf kommt man ja nicht mit 15, 16, 17. Das ist ja ein Beruf, der so abstrakt ist und so ungenau. So, dass ich eigentlich immer Lehrer werden wollte und dann quasi nur über die Ludwigsburger Filmakademie dann quasi auch da mal so ein bisschen reingeschnuppert habe. Und dann auf einmal da auch gemerkt habe, dass es da auch diesen Beruf gibt, der neben dem Regisseur und dem Kameramann und dem Tonmann auch noch das große Ganze verbindet. Und das hat einen unglaublichen Reiz ausgeübt. Aber du bist nicht gleich nach der Schule jetzt hier an die Film-AK, sondern du hast auch geschaut, wie geht das im praktischen Doing? Genau, also das ist ja auch sowieso Voraussetzung, um überhaupt genommen zu werden an der Filmakademie. Bei mir waren es wirklich Zufälle. Also ich habe, wie gesagt, ich wollte immer Lehrer werden, Englisch und Gemeinschaftskunde. Das war so das, was ich mir vorgestellt habe und habe dann eher zufällig neben dem Zivildienst einen Nebenjob im neu eröffneten damals Film- und Medienzentrum hier in Ludwigsburg bekommen. Und über die Kontakte dort bin ich dann nach Köln gekommen, zu einem richtigen Spielfilm sozusagen, um da mal zu helfen und da mal reinzugucken. Und dort wurde ich dann immer gefragt, wo ich denn herkomme. Dann sagte ich aus Ludwigsburg und dann meinten alle, ach, von der Filmhochschule. Und dann dachte ich, nee, ich komme aus der Stadt und habe dann quasi von dort aus erst quasi mich inhaltlich mit der Filmakademie beschäftigt. Ich musste also den Wald vor lauter Bäumen mäßig aus der Kleinstadt erstmal raus, um von dort dann den Wert der Filmakademie und auch die Möglichkeiten, was man da studieren kann, sehen zu können. Du hast es gerade angesprochen, Wert der Filmakademie. Die Filmakabaden-Württemberg hat ja einen sehr guten Ruf, national und international. Zu Recht. Also die Filmakademie ist bis heute eine der besten Filmhochschulen auf der ganzen Welt. Neben der technischen Ausstattung, neben den Möglichkeiten, die es da gibt, hat sich die Filmakademie natürlich zunutze gemacht, dass sie die letzte Neugründung einer Filmhochschule in Deutschland war. Deswegen haben sie sich die Berliner und die Potsdamer und die Münchner ziemlich genau angeschaut und sind quasi von allen das Beste genommen für ihr Konzept und das merkt man auch bis heute. Und ein großer Vorteil ist natürlich, so komisch es klingt, die Kleinstadt an sich drumherum. Die Filmakademie-Studenten, die sind hier quasi sieben Tage die Woche, sitzen die aufeinander, leben in WGs und leben quasi vier Jahre lang ihr Studium und ihre Passion für den Film. In Berlin ist um 17 Uhr Schluss an der Schule und dann wohnt der eine in Kreuzberg und der andere wohnt in Charlottenburg und der vierte wohnt in Friedrichshain und man hat gar nicht diese Möglichkeiten. Natürlich muss man nach vier Jahren dann hier auch wieder raus, weil es dann auch wirklich einem bis hier steht. Aber in der Zeit kommen Freundschaften, entstehen Teams, die dann auch eine ganze Berufskarriere reichen. Und das ist neben den sehr guten Dozenten und neben der sehr guten technischen Ausstattung der große Vorteil der Ludwigsburger Schule. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran, wir sind in einem kurzen Augenblick wieder für Sie zurück. Ich stelle das Wasser bis zum Hals. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Regio TV Jochen, nach dem Studium, seit wie vielen Jahren arbeitest du jetzt als Produzent? Es sind jetzt, glaube ich, ziemlich genau zehn Jahre. 2006 habe ich mein Diplom gemacht, da haben wir ja schon einen Langfilm gemacht, also zehn Jahre. Und wie viele Filme hast du in der Zeit produziert? Uh. Das weiß ich gar nicht so genau. Ich schätze mal zwei im Jahr, also sind es 20. Was war denn bislang dein schönstes oder dein inspirierendstes Filmprojekt? Normalerweise ja immer das, was man gerade macht. Wirklich wichtig sind mir natürlich auch diese politischen Filme, die ich mache. Also Wir sind jung, wir sind stark über die rechtsradikalen Vorfälle von Rostock-Lichtenhagen 1992. Da den Film zu machen, dann auch diese Aufmerksamkeit zu bekommen, sowohl künstlerisch als auch thematisch. Das war für mich schon eines der wichtigsten Projekte der letzten Jahre. Es gibt ja immer Ereignisse, die einen jungen Menschen prägen oder ganz besonders beeindrucken. Gibt es da Filme, die dich jetzt in deinem Schaffen besonders beflügelt haben? Ich glaube, das sind Filme, die Ende der 90er liefen. Und zur Zeit mein Abitur, also bevor ich Filmproduzent werden wollte, gab es Filme, die mich bis heute quasi beeindruckt haben. Damals nichts bereuen als deutscher Film zum Beispiel von Sebastian Schipper oder auch Pulp Fiction. Also in den Zeiten, in denen ich hier im Ludwigsburger Skala gearbeitet habe und dann irgendwie auch die Möglichkeit hatte, die Filme zehnmal zu gucken oder 15mal zu gucken. Und das sind so die beiden als deutscher und internationaler Filme, wo ich sagen würde, so Filme würde ich auch gerne machen. Neben Filmen fürs Kino und fürs Fernsehen wechselst du auch immer nochmal in das Dokumentarfilm-Genre, etwas, was dich auch reizt? Total. Die Begegnung mit den Menschen dort, so eine intensive Zeit zu haben, sich mit einer bestimmten Thematik, mit einem bestimmten Beruf, mit einem bestimmten Menschen, mit einem bestimmten Land so auseinanderzusetzen, ist jedes Mal eine ganz große Bereicherung. Auch für einen privat als Menschen, nicht nur für den Film. Einen Film zu produzieren, du hast es eben schon erwähnt, ist ja sehr aufwendig. Viele Menschen arbeiten daran, es muss sehr viel recherchiert werden, aber es muss auch finanziert werden. Etwas, was sehr schwierig ist in der heutigen Zeit? Also die Filmbranche ist ja gar nicht so groß. Das heißt, die Menschen, mit denen man Filme finanzieren kann, die kennt man nun mittlerweile in den letzten zehn Jahren und man weiß, welcher Redakteur beim Fernsehen, welcher Förderer auf was steht, wie man da vielleicht auch inhaltlich sich vernetzen und connecten kann. Und wenn man das weiß und ein gutes Produkt hat, dann kriegt man es immer auf irgendeine Art und Weise, finanziert, muss halt für sich sein, es muss unik sein auf irgendeine Art und Weise. Und bisher, toi, toi, habe ich noch alle meine Projekte finanziert bekommen. Viele deiner Filme haben ja auch national und internationale Preise gewonnen. Du wurdest, glaube ich, mit dem Krimmepreis bedacht, Lola Silberna Bär, um nur einige zu nennen. Hilft das bei der Finanzierung von Folgeprojekten? Ist man da gesetzt? Ja, also nein, gesetzt ist man nicht. Also es geht immer wieder mit einem weißen Blatt Papier los und immer wieder mit einem neuen Thema. Und immer wieder gibt es natürlich auch jedes Jahr zehn neue Krimmepreisträger. Also von daher darf man sich darauf nicht ausruhen. Das macht es einfacher, einen Zugang zu bekommen, auch quasi in potenzielle Chefetagen oder sonst irgendwie sowas, um da eventuell auch an andere Budgets zu kommen. Also das Wachsen eben auch eben Filme jenseits der fünf Millionen Euro Budgets machen zu können, da helfen die Preise, da hilft die Aufmerksamkeit natürlich. Aber das nächste Projekt ist immer das Schwerste. Wie kann man sich das vorstellen? Hast du immer mehrere Projekte am Start oder macht man Film nach Film, ruht sich dazwischen ein bisschen aus? Nee, also dadurch, dass es ja vier Jahre dauert, manchmal fünf, sind es natürlich immer viele Projekte in unterschiedlichsten Stadien. Also jetzt am 12. Mai kommt Mängel-Exemplar ins Kino, hat Kinostart. Das heißt, wir bereiten den Kinostart vor. Wir drehen im Sommer einen Film mit Sandra Nettelbeck, der Regisseurin von damals von Bella Marta. Da sind wir jetzt in der Drehvorbereitung. Da ist das Drehbuch abgeschlossen und parallel gibt es ein Drehbuch, was wir nächstes Jahr drehen werden. Da sind wir in der Finanzierung. Und bei den Filmen, die wir über nächstes Jahr und in drei Jahren drehen wollen, sind wir quasi in der Buchentwicklung oder in der Stofffindung. Das heißt, man hat immer so 15 Projekte in unterschiedlichsten Stadien, mit denen man arbeitet. Ein anderes Thema, du wohnst mit deiner Familie hier in Ludwigsburg. Ich habe es eingangs erwähnt, bist aber berufsbedingt viel unterwegs. Was macht Jochen Laube, wenn er mal nicht am Set, auf Festivals oder in Finanzierungsgesprächen ist? Ich habe ein wunderschönes Büro in der Alleenstraße, der einzigen Großstadt-Ecke Ludwigsburg, quasi Müliusstraße, Ecke Alleenstraße. Da fährt am Tag fünfmal die Polizei hoch zum Bahnhof. Da hupen immer alle Busfahrer sozusagen. Man hat immer so ein Großstadtgefühl. Ich liebe dieses Büro dort und muss viel lesen. Viele Drehbücher, viele Texte und genieße die Zeit hier in Ludwigsburg immer sehr, wenn ich nicht unterwegs bin. Aber du gehst doch gerne zum Fußball. Oh ja, zweimal die Woche. Nein, also einmal die Woche spiele ich selber in einer Freizeitmannschaft schon seit 15 Jahren und einmal die Woche gehe ich zum VfB und freue bzw. leide mit. Abschließend eine Frage, was sind deine Pläne jetzt für 2016? Du hast es eben schon kurz angesprochen. Genau, wir drehen zwei Filme in diesem Jahr. Eins mit Sandra Nettelbeck, wie gerade erwähnt, einen anderen Film mit Thomas Stuber, einem Absolventen der Filmakademie, einem Studenten-Oscar-Preisträger. Zwei ganz unterschiedliche Filme, einer eher kommerzieller, lustiger und ein Arthouse-Film. Also auch da die Unterschiedlichkeit total präsent ist, was eben so Spaß macht, sich mit unterschiedlichen Sachen zu beschäftigen. Ja, damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Jochen, viel Glück bei deiner Arbeit. Viel Spaß in deinem Job und Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank, dass Sie uns eingeschaltet haben. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein zum Stadtgespräch. Danke. Das Stadtgespräch wurde Ihnen präsentiert von Favoritstrom der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt anschließen und Heimvorteil sichern. Und der Kreissparkasse Ludwigsburg. Gut für den Landkreis.